Dann kommen wir zu Punkt 53, die Flusempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Die Kollegen der LINKEN bitten darum, dass folgende Petitionen getrennt abgestimmt werden. Stimmen wir zunächst ab 16.79 aus 19. Wer ist dafür? – CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP und SPD dagegen. – Keine Enthaltung? – Die LINKEN, damit beschlossen. – Die Beschlussempfehlung 21.39 aus 19. Wer ist dafür? – CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP. Wer ist dagegen? – Keiner. Wer enthält sich? – Die LINKEN, damit beschlossen. Dann kommen die restlichen Beschlussempfehlungen zu den Petitionen. Wer stimmt zu? – CDU und SPD – das ganze Haus einstimmig beschlossen. – Dann kommen wir zu den Punkten Beschlussempfehlungen ohne Aussprache. Das ist Tagesordnungspunkt 47. Beschlussempfehlung im Bericht des Innenausschusses. Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landesaktionsprogramm gegen Salafismus usw. – Berichterstatter ist der Kollege Franz, der dankenswerterweise verzichtet. Wer stimmt zu? – CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? – SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich? – FDP. – Damit beschlossen. Tagesordnungspunkt 48. Beschlussempfehlung im Bericht des Innenausschusses. Antrag der Fraktion der FDP, Islamische Radikalisierung usw. – Wer stimmt zu? – CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? – FDP. Wer enthält sich? – SPD und DIE LINKE. – Damit beschlossen. § 49. Beschlussempfehlung im Bericht des Innenausschusses. Dringlicher Anschließungsantrag. Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. – Extremismus und Salafismus usw. Wer stimmt zu? – CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? – SPD. Wer enthält sich? – FDP und DIE LINKE. – Damit beschlossen. – 50. Beschlussempfehlung im Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Antrag der Fraktion der SPD. der internationale Bauausstellung. Wer stimmt? Der Berichterstattung ist der Kollege Lenders. Er verzichtet auch, der ist gar nicht da. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Vendelsich, LINKE. Damit haben wir so beschlossen. Tagesordnungspunkt 51. Die Beschlussempfehlung des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend mit der der Polregion Frankfurt am Main. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? FDP und DIE LINKE. Damit haben wir so beschlossen. Alle anderen Punkte gehen in die Tagesordnung und nächstes Plenum. Habe ich das so richtig verstanden? Gut, dann ist das so beschlossen. Dann darf ich Sie zur Plenarsitzung abschließend noch darauf hinweisen, dass die Trauerfeier für unseren Freund Günter Schork am Donnerstag, 17. März um 14.30 Uhr in der Trauerhalle Waldorf, Kelsterbacher Straße, 84 bis 88 stattfindet. Sie erhalten natürlich alle noch ein entsprechendes Schreiben mit entsprechenden Informationen. Herr Präsident, wir hatten vorher noch gebeten, dass der Punkt 44 abschließend in den WKA kommt. Herr Präsident, wir hatten vorher noch gebeten, dass der Punkt 44 abschließend in den WKA kommt. Herr Präsident, wir haben keine Probleme. Keine. Das ist so beschlossen. Dann darf ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Abend. Die Sitzung ist geschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank.